ja steine werden langsam mangelware aber unser stein mit klopft glaube ich noch kräftig stein im augenblick ist er gerade zu hause du machst mein letztes paar schuhe ja dann haben wir 17 schuhe im hauptlager 18 19 ja du erholst dich langsam wieder vom letzten scharmützel so die straße ist auch jetzt fertig so du hast die gewünschte wahrenmenge hergestellt das heißt du wirst jetzt wieder jäger gest jagen sind ja noch genug bären und kaninchen hier in der gegend unterwegs und wildschweine auch wenn wir uns mal seinen jagdbereich so ansehen müssten wir ihn mal verschieben wir können nicht weit verschieben aber wir können ein bisschen verschieben somit sind die tiere hier im jagdgebiet mit drin wenn ich müssten wir irgendwann mal das jäger zelt darunter verschieben aber noch ist es da ganz gut wo es so du holst dir geschirr bei allen anderen sieht noch alles ganz gut aus erholt nahrung ab das ist auch gut wenn einfach nahrung hier selbstständig in die ins hauptlager bringt später müssen wir ihm halt sagen dass er das bier bringen soll 20 bier ja da brauchen wir wieder 21 bier dafür er wird immer noch nahrung na was eigentlich ganz vernünftig ist so müssen die nämlich nicht den umständlichen weg nehmen hier rum zur bäckerei sondern können einfach jetzt hauptlager laufen du hast hunger okay das waren unsere drei baarbeiter denn so alle verhungern und müde sein werfen wir mal einen blick alles zurücksetzen auf die obdachlosen ja das sind nur unsere drei baue arbeiter und unsere krieger ich glaube fast schon dass es das beste wäre wir bräuchten auf jeden fall noch einen träger wer hat denn genug nahrung hier und ihr auch also kriegst du noch einen sohn da können wir nämlich unsere beiden baarbeiter erst bei bauarbeitern lassen das ist es 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 Sorry Nahrung kommt jetzt auch wieder im Jägerzelt rein. Sehr gut. Du bist immer noch angeschlagen. Geht da hin. Schlaf. Ist. Stopp. Arbeitsplatz zuweisen. Ja. Da wird gerade ein Kind gemacht. Gut. So, wenn das an der Straße fertig ist, kommt Piani in die Schule. Obwohl, ich kann ihn jetzt dann gleich schon mal in die Schule schicken. Sobald er da geholfen hat beim Bauen. Und ich mach mal etwas höhere Geschwindigkeit. Ja, Baby ist da. Oh, und es wird schon Weizen dort eingelagert. Das ist gut. Das heißt, es fehlt nur noch Wasser. Du benötigst immer noch Nahrung. Das ist okay. Ja, Brauerei steht schon lange leer. Das wollen wir ja gleich ändern. Wenn er hier sich dann mal in die Schule aufmacht. Du kannst trainiert werden. Das ist gut. So, du wirst jetzt, äh, back. Komm. Ja, Mehlüberschuss. Ja, wenn wir die Bierbrauerei nicht brauchen, könnten wir fast schon... Wobei, eigentlich könnten wir eine zweite Bäckerei bauen, aber brauchen wir gerade nicht. Die Nahrung kommt rein. Ja, du hast Bäcker gelernt, also du wirst jetzt Bierbrauern. Kriegst auch endlich mal dein Zuhause. So, die Straßen sind fertig. Also setzen wir neue Straßen. Das macht zwar den Bärenbusch hier dann kaputt, aber... Das ist nicht ganz so schlimm. So, und zum Holzfäger kann ich auch noch eine Straße bauen. Unser Steineklopfer hier kriegt auch noch eine. Und der Wachtturm kriegt eine. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Gut. Du bist auch erfahren und kannst trainiert werden. Hm. So, Bäcker geht wieder zur Arbeit. Na gut, geht da gerade nicht. Oh, und wir kriegen Bier rein. Sehr gut. Oh, das Bier wird auch schon eingelagert, wie ich sehe. Das ist Öl. Wo ist... Ach, Bier ist da oben. Sieht fast so aus wie Öl. Das Symbol nur, dass das Öl rot ist. Das Bier braun. In dieser hübschen... Wikinger-Bierflasche da. Erinnert mich fast ein bisschen an Asterix. Jo, Bier wird eingelagert. Sehr gut. Du bist schon zwölf, das heißt noch zwei Jahre und du bist erwachsen. Straßen werden gebaut. Und ja, wenn die Straßen fertig sind, werde ich ein meiner Bauarbeiter. Wahrscheinlich Strulla umswitchen. Ja, sie sind beide nur Bauarbeiter zu einem Träger. Und werde ihn in der Brauerei oder im Hauptlager arbeiten lassen. Benötigte Warenöl. Ja, du bist erwachsen, also lernst du jetzt gleich den Träger. Du kannst trainiert werden, also wirst du das auch. So, wir können mal wieder die Geschwigkeit verlangsamen, denke ich mal. Sonst können wir nicht so gut reagieren drauf, wenn wir wieder angegriffen werden sollten. Du bist nämlich schon wieder 100% fit. Und ich hab's gerade gesagt. Wagt es ja nicht, meinen Steinmetz anzugreifen. Ja, sie machen gut Schaden. Das heißt, Snorri, du reparierst mal den Wachturm. Das ist nämlich sonst unschön, wenn der kaputt geht. Vor allem, weil ich nicht weiß, wann nochmal ein Angriff kommen sollte. Ob jetzt direkt gleich nochmal was kommt. In der Hoffnung, dass jetzt nichts kommt gerade, schicke ich euch beide mal zum Essen.